Okay Leute, die Edeltalk Tour 2023 findet statt. Am 13. Ist euch euer Leben nichts wert? Oder wieso lasst ihr diesen natten Zipf fahren? Lass mal ins Kevin noch woher. Spende mehr Geld. Fahrt auf keinen Fall schneller. Die Skandinavien gegen Geschwindigkeitsverstöße prozentual zu machen. Fresse halten. So. Ey, ich würde danke für die Dodo, man. Dankeschön, vielen Dank. Also, Edeltalk Tour 2023 findet statt. Am 13. 9. in Hamburg, Friedrich-Ebert-Halle. Oh shit, das ist eine der geilsten Hallen, die es gibt auf der Welt. Du kennst die safe nicht. Friedrich-Ebert war ein absoluter kranker G damals. Das war der erste DJ Deutschlands. 24. 9. in Frankfurt, in der Batschkab. Hey, ich bin ein bisschen ein hälsischer Babler. Am 26. 9. in Köln, im Theater am Tanzbrunnen. Kenne ich persönlich nicht. Aber Julia meinte... Du musst nicht zu jedem Lebensgeschichte erzählen. Doch, 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 doch. Schattenfang ab. Aber Julia meinte... Hier ist ein Blitzer. Ich hab Angst. Das ist ein Maubblitzer. Das war ein 4. Aber Julia meinte, das ist geil. Dann sind wir... Oh! Aufgepasst an alle Ber... Oh, oh, schnell, schnell, wir fahren den Tunnel. Berlin, 8... 30. 9. Stuttgart, 2. 10. Wien, 5. 10. München, 8. Und Tunnel. Und Tunnel.